Liebe Zuseherin, lieber Zuseher, mein Name ist Claudia Fischer und ich darf Sie recht herzlich zur 42. Ausgabe von VulkanTV begrüßen. In dieser Sendung sehen Sie folgende Beiträge. Das Faschingshow-Programm Bad Radkersburg, der Sportball Casino Royale in St. Stephan im Rosenthal, die Fischereimesse in Feldbach, der Gemeindeball in Radkersburg Umgebung und eine neue Umfrage von Schnörgfrockt.